Willkommen zurück zu Dead or Alive 5 Also in der letzten Folge hat sich das Kapitel von Elliot und Lai Phan abgeschossen, heute kommt Hitomi und Chun-Li Hitomi, das 4. Finale beginnt Hitomi, Tochter eines berühmten deutschen Karate-Meisters Sie hat es bis ins 4. Finale von Dead or Alive 5 geschafft Sie wusste, wem sie nur weiter kämpfen würde Sie wusste, wann sie nur, ach keine Ahnung Würde sie ihr wieder treffen Ach wem sie nun Achso, sie wusste, wem sie nur weiter kämpfen würde Würde sie ihn wieder treffen Den Mann, das Was zum Teufel steht denn da Ach, liest es kurz alle selbst Ich hab jetzt keine Lust zu lesen So, muss dem Moment passieren Wie gesagt, ich hab da keine Lust jetzt Und auf mich hat sie gewartet, vergiss das nicht Buon Ich habe mich noch weiter auf sie reingeschlagen, obwohl ich ein K.O. war. Wow, toll, schön für dich. Das ging schnell. Ja, innerhalb von drei Minuten oder über drei Minuten schon zwei Kämpfe. Achso, sie meint schon Tay-Yay-Tay. Ah ja. Achso, wie geht's dir? Ein weiterer Kampf. Ein weiterer und ich bin ... Champion. Gut. Ich wusste immer, dass du stark bist. Ahaha, soll das ein Schatzversuch sein oder was? Get ready, fight! Get ready, fight! Oh, was soll der Scheiß? Was war das denn? Oh, das war richtig knapp. Aber war das gerade ein kleiner Blitz gewesen, oder? Hayate. Right. Hitomi. Good luck out there. Oh, danke. Und du auch. Oh, Florting! Was? Finger weg, das ist meiner! Oh, Florting! Finger weg, das ist meiner! Mann! Ein heißblütiger Kampfsportler, der sich immer die härtesten Kämpfer aussucht. Er nimmt am Dead or Alive 5 Turnier mit dem brennenden Wunsch teil. Die stärksten Menschen der Welt ... Was? Was steht da? Nieder zu ringen. Gut. Also habe ich doch erst kurz richtig gelesen. Ich habe erst wieder gelesen kurz. Das einzige, was seine Durst nach einem Kampf löschen kann, ist noch ein Kampf. Ahja. Wie der, den er mit dem Mann vorher hatte. Okay. Komisch. Und das konnte ich jetzt alles gut lesen. Okay, vielleicht hätte ich bei Hitomi auch ... Mehr oder weniger alles gut lesen können, aber ... Who do you think I am? Ey Zack, ey, seid ihr echt doof! Ja natürlich! Hm. Oh gut, dass der Wandtreffer noch da ... ähm ... da war. Oh. Was ist denn das ganze Zeit? Der Affe oder was? Die ... Der hat nur Alive 5 Turnier. Aber anscheinend war das ganze Zeit der Affe da gewesen. Ja, das kennen wir doch schon. Auf mich, ich weiß, danke. Kein Applaus, danke. Du ... äh ... Diese Videosequenz kam schon jetzt das dritte Mal ... ... oder das vierte Mal? Ich weiß, definitiv jetzt das dritte Mal. Die ... Scheiße! Ja, das filmest du! Oh, wow, that was such a sh... Just drop it already, boom! Get ready, fight! Hm, yeah, yeah, klar, kann mich greif mal, wo ich gerade geschlagen habe. So! 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 If you can't concentrate during battle, you haven't trained hard enough. Yeah! That championship's got my name on it! Get ready, fight! Watch out! Watch out! Watch out! Watch out! Ja, natürlich! Mann, fick dich! Sorry für den Ausdruck. Aber weil der Spaß hier nur am Blocken ist... Mann, nur Falklinge machen, Bobas! ... ... ... Was, fast 11 Minuten? Das ist jetzt mal eine sehr kurze Folge. Oder kommt noch ein Vierter? Hat's doch gesagt, es gibt noch ein Vierter. Bei irgendwelchen noch ein Vierter Kampf. Oh, Kuh nervt nicht. Oh, die nächste, die nur blocken und so blöde. Scheife Attacken macht. Oh Mann, wie blöde kann man sein? Es sollte nicht noch mal aussehen und dann einfach gleich einen Tritt machen. Hm, ich hab die nicht vorgült, überhaupt nicht. Bitch! Halt deine Fresse, Mädchen! Geh dich da hängen lieber! Mann, überspring da einmal die Scheiße, Gwen! Die wird keiner sehen! Die wird keiner sehen! Meine Fresse, Alter! Ich schaffe sowas einfach! Immer, immer, ööö, blocken, blocken, blocken! Und nur greifen! Wie gesagt, für mich machen das nur Feiglinge. Okay, klar, nur weil ich selten greife und blocke. Also, als hätte ich halt nicht was kann. Ich hatte nur einfach sowas. Jan Li! Hey, Jan Li! Let's try that again. Your champion, Jan Li! Jan Li! Jan Li? Jan? Li? Jan Li! ich will take you down rick oder was ok das war die zwei kapitel von hitomi und jani also der kampf gegen hitomi war richtig nervig ok ab dem zweiten kampf war es bisschen nervig weil die gegner meist nur geblockt haben ok besser ab dem dritten kampf beim zweiten als ich glaube ich ein bisschen pech gehabt aber egal hauptsache es ist jetzt fertig das nächste mal sehen wir uns bei hayabusa und kommt wieder kasumi ich glaube schon ja doch 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 bis dann tschau